Musik Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video geht es um den Dinosaurierpark Münchelhagen mit seinen historischen fossilen Fußspuren und den Dinosauriern Nachbildungen, die man inzwischen dort bewundern kann. Musik 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 So, das war der Dinosaurierpark Münchelhagen und es gibt auch noch ein kleines Schild. Das werde ich mal verlosen. Da lasse ich mir was einfallen, und da zu mehr im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß. Tschö. «